Das Interesse ist groß, das Linzer Landesgericht voll, dazu hohe Sicherheitsvorkehrungen. Auf der Anklagebank einer der berühmtesten Corona-Maßnahmengegner Österreichs, Florian O. Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Biokoch die Verharmlosung des Holocaust vor. Er hat 2021 in sozialen Medien die Corona-Schutzmaßnahmen mit der systematischen Verfolgung und Ermordung von Juden verglichen. Obwohl es um das Verbotsgesetz gegangen ist, ist heute kein klassischer Nazi im Gerichtssaal gesessen. Es war ein Mann mit Dreadlocks, mit einem bunten T-Shirt, Jeans, Sneakers, der sich mit den Worten verteidigt hat, dass es nicht seine Absicht gewesen ist, die Corona-Maßnahmen mit der Judenverfolgung etwa zu vergleichen, sondern vielmehr davor zu warnen, dass so etwas nicht mehr passieren sollte. Der Angeklagte hat sich deshalb auch gleich zu Beginn des Verfahrens nicht schuldig bekannt. Es geht um das gröbliche Verharmlosen von nationalsozialistischen Inhalten. Und nach meinem Dafürhütten ist das nicht passiert. Und letztendlich ist die Warnung vom Holocaust meines Erachtens keine Verharmlosung, sondern vielmehr das, was ist, die Warnung, dass so etwas nie wieder passieren darf. Der Staatsanwalt hat dann den Angeklagten auch etwa gefragt, was ist denn mit den Juden passiert, die die Ausgangssperren missachtet haben. Auf diese Frage wollte der Angeklagte nicht so recht antworten. Der Staatsanwalt hat ihn dann darauf hingewiesen, dass sie deportiert und ermordet worden sind. Mit den Corona-Maßnahmen also nicht zu vergleichen. Eigentlich wäre Florian O. bereits vor mehr als einem Jahr vor Gericht gestanden, ist aber untergetaucht. In diesem Sommer ist er dann verhaftet worden, als er seine tote Frau im Kofferraum ins Spital transportieren wollte. Die Ermittlungen dazu laufen noch. Es sind dann auch Tränen geflossen im Gerichtssaal, als es um seine Zukunft gegangen ist, um die Zukunft des Angeklagten. Denn er hat drei Kinder, fünf, elf und 15 Jahre alt, um die er sich jetzt kümmern wolle. Er möchte mit all den Corona-Sachen aufhören, abschließen. Wenn er noch einmal die Wahl hätte, würde er überhaupt nichts mehr tun, seine Meinung überhaupt nicht mehr kundtun. Er möchte, dass alles so schnell wie möglich wieder vorbei ist und dass er so schnell wie möglich wieder bei seinen Kindern ist. Ich glaube an unseren Rechtsstaat. Ich glaube insbesondere an die Richter unseres Gerichts. Und ich glaube auch an das Gefühl der österreichischen Bevölkerung hinsichtlich der damaligen Maßnahmen. Und ich glaube auch, dass die sehr wohl zwischen Unrecht und Recht unterscheiden können. Florian O. ist von den zwölf Geschworenen in einen von drei Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Er hat die Impfpflicht mit Naziverbrechen verglichen. Dafür bekommt er drei Monate bedingte Haft und drei Jahre Probezeit. Nachdem er seit vier Monaten in Untersuchungshaft sitzt, darf er noch am Freitag nach Hause gehen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.